Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skivas und zwar ja Minecraft Skywars heute einfach mal ganz spontan hier ich hab das Kit Bilder was mir einiges bringt, weil ich mich nämlich ganz schnell damit in die Mitte bauen kann und da die stelle ich gar nicht toll erstmal mich sortieren hier zack, jetzt kann ich mich nämlich schon mal rüber bauen so so heute die erste Runde Minecraft ja das ey, das hasse ich so wenn alle das Archer Kit haben jetzt bin ich schon mal die erste Runde raus ah Gott ey also heute einfach mal eine ganz spontane Runde Minecraft Skywars geben wir doch mal da rein, würde ich sagen mal hier drauf nee, die wurde nicht geupdatet so, ähm wie gesagt ein Crafty Skywars und ich such mal eben noch eine Lobby ich find noch keine gescheite, also keine richtige dann triggere ich hier einfach mal drauf und hoffe, dass ich hier eine Lobby krieg so, ich trigger da jetzt einfach oder halt gedrückt der Arm einfach so, auf der Map Dream und wir nehmen das Kit Archer und warten mal bis ein paar noch joinen der Weile kann ich ja mal was erzählen und zwar, ähm, möchte ich erzählen von meinem Musikkanal und zwar geht es darum Videos also, ähm ihr braucht jetzt keine Angst haben nicht, dass ich den Kanal irgendwie sperre oder so sondern es ist halt einfach ein kleines Problem also ich mach ja diese Videos mit meinem Handy diese, ähm Videos für meinen Musikkanal und, ähm ähm, ich werd also ja, wie soll ich sagen also ich will halt die Videos hochladen das konnte ich ja früher noch aber jetzt hat's irgendwie haut was mit Google nicht mehr hin also ich komm nicht mehr in den Play Store das ist kein Problem ich kann mir die Apps auch so ziehen aus dem Internet das Problem ist nur ich komm auch nicht mehr in YouTube rein so, ich kann zwar noch YouTube auf dem Handy angucken ähm oh, jetzt bin ich gelieft, scheiße ich kann zwar noch YouTube auf dem Handy angucken nur, ähm ich kann einfach keine Videos zur Zeit mehr hochladen jetzt ähm, hätte ich's halt vielleicht so gemacht also ich probier's nochmal über mein Handy irgendwie hinzukriegen aber sonst mach ich's halt so, dass ich dann ähm wirklich ähm vom PC aus dann die Videos hochlade das heißt, ähm ja, was soll das heißen ähm dass ich halt ähm dass es halt zur Zeit keine Videos mehr gibt und das halt einfach daran liegt, dass ich halt einfach nix nicht alles klar lol hatte der eine Enderperle oder was der hat ja locker eine Enderperle, Leute so also kann ich das halt keine Videos hochladen deswegen ist auch lange in keinem mehr gekommen auch weil ich im Urlaub war und so und da nicht wirklich Zeit hatte und da hatte ich auch kein PC, damit ich vorher aus irgendwelchen Videos aufnehmen konnte wie gesagt, das sind mit meinem Handy halt spinnt was ich dort, äh, ich hab zwar noch ein Video gemacht im Urlaub ähm aber ich komm's halt, das ist einfach nicht hochladen und deswegen ja, werde ich das dann irgendwie anders probieren hier so ist da noch irgendwer oh oh fuck ist noch ein bisschen was da verrückt wer ist schneller in der Mitte, du Rage mein Schatz ach, bist du blöd Junge, ach, bist du dumm weil ich mir kaum vorstellen kann dass er dann so ein Archer-Kit hat wahrscheinlich fall ich gleich dermaßen runter und ärgere mich, weil er ein Archer-Kit hatte obwohl da ist niemand ach so, der ist ja schon hat ja Enderperle und ist dann runtergeplumst ach so, ich bin ja noch mit dem okay, alles klar geil find ich gut dass der noch der einzige ist dann gewinn ich das Ding hier nämlich ganz locker ich jetzt jede Fuss treff der kann nicht mehr viele Herzen haben, Leute jetzt mal ganz im Ernst der kann echt nicht mehr viel haben dann nehm ich meinen Tag der Sprungkraft und dann, ich bin ich dann nämlich in der Lüte heute bin ich dann einfach in der Lüte dann bin ich dann noch Oh, da bräuchte ich noch ein bisschen was. Da bräuchte ich das hier ab. LOL. LOL, ich hab gewonnen, weil der runtergefallen ist. Ja, erfolgreich die Runde, würde ich sagen. Auch ein bisschen langweilig. Weil halt alle einfach nur beide runtergefallen sind. Der wollte wahrscheinlich einfach, dass die Runde schnell endet. Jo, so kann man natürlich auch seine Runden um die Equiperingen. So, wir haben jetzt schon 6 Minuten. Ich würde sagen, eine Runde geht noch, Leute. Dann join ich mal hier drauf. So, ich... Ich nehme jetzt wieder das Kid Archer. Warte mal, ah, das ist nur mit dem Kid Archer. Och, komm. Jetzt join, bleib halt drin und join nicht immer raus. Okay, 4 Leute, das hört nicht an... Oh, Mann! Immer join einer und dann geht einer wieder raus. Dann geht einer wieder rein und dann geht einer wieder raus. So, 10 Sekunden, Leute. So. Jetzt Concentration und spannende Musik. Bam, 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 bam. LOL. Beste. 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 So, unten noch einen schönen Schneeball, natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich. Ich hätte ein paar Bogenschüsse zu verschenken. Marke. 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 Guillermo. Abschnitt. Sankt. nehmen also nächste nächstes Video Happy Wheels oder Info Video keine Ahnung wir müssen das sagen ob der Ingame Song zu laut ist weil ich höre hier nämlich ganz schön viel hier nicht dass sie ihn jetzt laut ist das wäre nicht so toll dann kann man schon mal angst nach hinten er baut sich da gleich ein okay ja ok der drüben der rechts neben uns der dort der hat das Warrior Kiki wo ist denn der? Da ist er hier Ach komm nicht zu locker erwischt Alter Nein entspannt ich meinen Bogen schon vorher Diesmal kommt der Schneeball Was hast du eigentlich für Probleme, Junge? Juga Juga Na Lol 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 Das ist doch die Fresse, Junge Ach komm Ach Kim Der hat doch eh kein Bogen Der Volk Forst Volk Forst, der Volk Forst Ich werde jetzt aber gleich von Schneeballen abgeworfen Davor hab ich nämlich Angst Die er wahrscheinlich besitzt Und ich wahrscheinlich gleich tot bin Weil ich so schlecht bin Wie ein schlechter Mann Trank der Schnelligkeit Ne Ich hab jetzt nicht ganz im Ernst eine verzauberte Diabrost Loil LOL Ich konnte einfach nichts machen Ich konnte nichts machen, weil ich so viel Schaden gekriegt hab Ey, sowas ist da nur so unfair, Alter Einfach nur richtig unfair Ich würde sagen, das war's dann für die Folge Wir haben einen, ähm Eine tolle Tollen win gekriegt Ich mag irgendwie auch die Map nicht so Weil die so klein ist und dann, äh, nee Also, ähm Sehen wir uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder Und ja, ähm Schreibt in die Comments, was ich dann als nächstes Minecraft Am nächsten Mal Minecraft spielen soll Und ja, ich würde dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal Und ja, bis dahin Tschüss.